Sehr geehrte Reisende, das Zugpersonal begrüßt auch die zugestiegenen Fahrgäste auf der ERI 9 zur Weiterfahrt nach Aachen Hauptbahnhof. Wir brauchen Dürren-Eschweiler und wünschen eine angenehme Fahrt. Unser nächster planmäßiger Halb ist Köln-Ehrenfeld. Beachten Sie aufgrund der Verspätung des vorauswarten Eurostars, haben wir leider an unserer Abfahrt in Köln Hauptbahnhof eine Verspätung von 12 Minuten machen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020